Und insofern haben wir jetzt doch etwas ganz Besonderes auf dieser Bühne, denn es kommt einer der bedeutendsten weltweit bekanntesten Geiger, diese Stilistik zu uns. Die Rede ist von Martin Weiß. Da gab es ein Gipfeltreffen der drei bedeutendsten Geiger Europas. Das war Dieter Lockwood, Jean-Luc Promty, die beiden großartigen Franzosen und Martin Weiß, der Deutsche. Ein großartiges Versammel. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Applaus